Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu unserer Server-Administrations-Reihe. Heute wieder mit einem tollen Thema, doch bevor wir starten, noch einmal ganz kurz einen Shoutout an unseren Koop-Partner, nämlich Hetzner. Bei denen haben wir den Server, den man halt für Server-Administration braucht, natürlich gemietet. Beziehungsweise ich habe ihn für diese Tutorial-Reihe euch gratis zeigen dürfen. Und ja, für euch haben sie auch tatsächlich mit dem Link unten in der Beschreibung ein tolles Angebot, nämlich ihr habt keine Setup-Gebühren. Wir benutzen in diesen Videos den AX41 NVMe-Server und ja, auch den könnt ihr natürlich selbst euch holen. Und wie gesagt, die Setup-Gebühren fallen für euch raus. Und das ist was ganz Besonderes. Ich bin da sehr glücklich drüber, dass wir so einen coolen Partner an der Seite haben. Deswegen hier nochmal einen riesen Shoutout und jetzt geht's los mit den Videos. Mit etwas, das sich, sagen wir mal, moderner anfühlt, unterscheidet von dem, was wir bisher gemacht haben. Und ja, nicht so 1900, ne? Und damit vielleicht auch nicht so deutsch. Aber egal, kleiner Spaß an der Seite. Wir wollen hier tatsächlich ein bisschen einen Reverse-Proxy heute aufsetzen und den auf unseren Server draufpacken. Und dazu gehen wir jetzt einmal ganz kurz in unseren CD-Home. Und da sind wir auch schon. Und wir haben hier noch nichts drin. Was wir als erstes machen wollen, ist folgendes. Wir machen das Ganze mit einem Docker-Container. Das heißt, wir machen alles so automatisiert wie irgendwie möglich. Und dazu müssen wir erstmal Docker aufsetzen. In modernen Serverumgebungen macht man eigentlich so gut wie gar nichts mehr in dem eigentlichen Betriebssystem. Und ihr könnt euch Docker so vorstellen. Docker macht Systeme in eurem System. Aber so schlanke Systeme, dass sie eigentlich gar nichts wirklich brauchen an Leistungen. Das heißt, ich habe hier eine Virtualisierung drin, die nur so halbe Virtualisierungsschicht sozusagen ist. Eine detailliertere Erklärung findet ihr in der Docker-Tutorial-Reihe, die ja auch gerade hier parallel dazu läuft. Und wir wollen das Ganze hier installieren. Das machen wir einmal ganz kurz. Und zwar machen wir das mit sudo apt install. Und zwar mit Docker Community Edition. Docker Community Edition Command Line Interface. Dann brauchen wir Container.io und wir brauchen selbstverständlich Docker-Compose. Ups, Docker-Compose. So, und jetzt installieren wir es einfach mal. Und jetzt sehen wir hier, aha, wir haben noch keine Installation-Candidates von diesen ganzen Dingen. Das heißt, lasst uns doch mal die Liste einsam durchgehen. Beziehungsweise erstmal das Repository dazu adden. Denn, ja, also eigentlich könnte man so Docker schon direkt fertig installieren. Das Problem ist, wie gesagt, dass Docker nicht in den oftellen Paketquellen enthalten ist. Also, was wir zuerst mal machen, ist, wir machen hier ein apt-Update. Boom, einmal kurz durchlaufen lassen, dann sind wir wenigstens mal fertig. Und Upgrade kann man auch machen, machen wir gleich. So, was wir jetzt als erstes machen, ist, wir apt installen uns jetzt ein paar Sachen. Und zwar einmal ca-certificates. Dann installen wir uns curl, wir installieren uns gnu-pg, gnu-pg, dankeschön, gnu-pg, doch, stimmt. Und lsb-release. So, diese Inhalte brauche ich tatsächlich, damit ich den Docker-Key, also den Schlüssel der Hersteller von Docker, überhaupt integrieren kann. Und diesen integrierten Schlüssel, den wiederum bekomme ich von der Website von Docker. Den bekommt ihr hier unter Install Docker for Debian in dem Fall. Das heißt, wir nehmen uns diesen, und das war übrigens gerade das, was ich hier eingegeben hatte, wobei die das mit apt-get machen. Man kann es auch einfach mit apt machen. Und dann sage ich hier, ja gut, ich möchte ganz gerne diesen hier einfach reinkopieren. Das ist quasi der Docker-Keyring, ja. Das sind alle Keys, die Docker hinzufügen dürfen. Also, überhaupt, ja, neue Updates pushen dürfen zum Beispiel. So, den paste ich jetzt hier einmal rein und führe das aus. Der Key ist jetzt hier drin in meinem Debian, in meinem Server sozusagen. Und ich kann mich jetzt darauf verlassen, dass, wenn ich Docker installieren möchte, dass ich dann auch das richtige Docker bekomme und nicht irgendeine kaputte Variante. Jetzt muss ich aber noch sagen, welche Variante von Docker ich immer haben möchte. Und das sehen wir hier. Das ist einmal Echo Dep. Und dann sagen wir hier, okay, ich hätte ganz gerne diese Infrastruktur, bla, bla, bla. Und sagt dann, von wo ich her eben Docker beziehen möchte. Und zwar die Stable-Version. Ihr könnt natürlich hier auch Nightly oder Test benutzen. Würde ich euch aber auf keinen Fall in Production empfehlen. Und das wird dann einfach in die Sources hinten dran gehängt. Das heißt, was ich hier mache, ist, ich kopiere mir diesen Befehl ebenfalls hier raus und füge den hier ein. Und dann kann ich das Ganze auch machen. So, und jetzt habe ich meine Quelle, meine Paketquelle sozusagen hinzugefügt. Und dementsprechend kann ich hier einmal kurz auf apt-update gehen. So, und dann kann ich einmal hier das Ganze installieren. Also, oh, Sudo brauche ich gar nicht. apt-install, docker.ce, docker.ce, CLI, also das Command-Line-Interface, Container.io und Docker-Compose. Docker-Compose, super wichtig für uns später. Container.io wird noch nicht gefunden. Seht ihr, das passiert, wenn man dumm ist. Das passiert bei mir manchmal und ich glaube bei vielen Menschen. Manche Menschen schreiben Englisch so, wie man Englisch schreiben würde und ich auch, weil ich dumm bin, wie gesagt. Aber man schreibt Container tatsächlich nur mit einem dem. Ja, man spart sich das eine E hier, weil es ist immerhin ein Zeichen und ein Zeichen muss man natürlich einsparen. Man kennt es aus dem Leben. Ein Zeichen bedeutet sehr viel Zeit. Deswegen schneide ich den Teil jetzt hier übrigens auch raus. Das dauert nämlich ein bisschen. So, damit haben wir Docker fertig installiert. Jetzt wollen wir noch unseren User dazu bringen, dass er auch Docker bearbeiten kann. Das heißt, ich mache hier einmal user-mod minus ag docker-morpheus. Damit darf Morpheus zur Docker-Gruppe hinzugefügt werden und der darf jetzt auch Docker verarbeiten. So, und jetzt brauche ich das wiederum, um meinen Reverse-Proxy für Nginx aufzusetzen. Das heißt, wir sind immer noch in unserem Home-Verzeichnis, also Slash-Root und wir wollen einmal kurz das Ganze von vorne machen. So, jetzt haben wir unsere Vorbedingungen quasi installiert und jetzt wollen wir hierher gehen und einen Reverse-Proxy aufsetzen. Ein Reverse-Proxy, dazu werde ich wohl ein extra Video machen müssen, was genau das ist. Vielleicht ist das hier sogar schon draußen, wenn ihr dieses Video hier seht. Und ja, ihr könnt einfach mal bei mir auf dem Kanal gucken, beziehungsweise einfach danach suchen bei mir auf dem Kanal und unter den Videos von mir, dann wisst ihr das genauer. Ich will euch hier allerdings zeigen, wie man das Ganze aufsetzt und nicht, wie man das Ganze oder was genau das macht. Dementsprechend Make-Directory, ich nenne das Ganze jetzt einfach Reverse-Proxy. Und wir gehen in dieses Verzeichnis rein, Reverse-Proxy. So, und jetzt sind wir in Root-Slash-Reverse-Proxy. Okay, jetzt, was wir hier machen wollen, wir, habe ich Wim installiert hier schon? Aha, apt install Wim. Das müsst ihr nicht machen, aber das ist einfach, ich mag Wim tatsächlich lieber als Nano. Und ich möchte hier drin, ja, schlagt mich ruhig dafür, ich möchte hier drin jetzt eine Docker-Compose-Datei anlegen für unseren Reverse-Proxy. Dementsprechend sage ich hier Wim-Docker-Compose.yml, also YAML. Das ist das Format, in dem unsere Docker-Compose angelegt wird. Und das kennt ihr vielleicht, wie gesagt, aus der Docker-Playlist. Ansonsten dürft ihr das hier einfach wirklich eins zu eins kopieren. Wenn ihr jetzt was tippen wollt hier, dann könnt ihr hier einfach auf I gehen, also einfach I drücken. Dann erscheint hier unten ein Insert. Und ihr könnt jetzt hier einfach anfangen, Dinge zu schreiben. Jetzt haben wir allerdings, Ups, Escape, führt euch da wieder raus. Dann könnt ihr Doppelpunkt X Ausrufezeichen machen, um das Ganze zu speichern und zu überschreiben. Jetzt ist allerdings unsere Situation ein bisschen eine besondere. Und zwar, wir haben hier die Möglichkeit, bei uns einfach Sachen zu öffnen. Wir haben die Möglichkeit zum Beispiel, das hier in eine Datei reinzuschreiben. Wir müssen das nicht einfach abtippen, sondern ihr könnt ja einfach meine Datei benutzen. Und ja, in diesem Fall würde ich genau das tun. Das heißt, ich habe hier nicht wirklich irgendwas anderes vor. Ihr könnt das natürlich abtippen, aber ihr könnt auch meine Datei benutzen. Und die werde ich jetzt hier mal verwenden. Und dann mache ich folgendes. Ich habe mir die jetzt hier gespeichert. in dem Ordner Docker Compose. Und jetzt mache ich mal folgendes. Ich möchte diese Datei hier übertragen. Jetzt schaue ich mal ganz kurz. SCP, falls das jemand von euch ein Begriff ist, ist mittlerweile auch unter der PowerShell installiert. Das heißt, ich kann hier einfach SCP benutzen, um eine Datei zu übertragen. SCP, dann die Datei selber inklusive Dateipfad, selbstverständlich. Das heißt, wir sehen hier, das ist meine Datei. Und Leerzeichen danach, ich möchte sie übertragen im Namen von Morpheus. Und zwar an, naja, woran möchte ich sie denn übertragen? An meinen Server. Sprich, an the-morphois.bit oder an 65.108.137.179. Dann ist das ganze Domain unabhängig. Das wäre sozusagen, ja, mein Ort. Und jetzt möchte ich hier noch den Pfad hinten dran eingeben. Das heißt, ich sage hier Doppelpunkt, ähm, Slash, wo möchte ich es hinpacken? Naja, sagen wir einfach mal, äh, Slash Home, Slash Morpheus. So. Und, ähm, das möchte ich hier quasi übertragen. So. Jetzt muss ich meinen Key kurz hier bestätigen. Das wäre mein Key. Und tada, einmal die Datei übertragen. Jetzt gucken wir doch mal ganz kurz an Slash Home, Slash Morpheus nach. Was da drin steht. Und da ist eine Docker-Compose.yaml. Das heißt, ich kann mir hier jetzt einfach diese Docker-Compose, Docker-Compose, ähm, hier, äh, Quatsch, nicht diese Docker-Compose. Ich will eigentlich die Docker-Compose, die hier drin liegt, möchte ich entfernen. Hier darf nämlich nichts mehr liegen. Und dann möchte ich nämlich die, ähm, ups. Und ich möchte die in Home-Slash Morpheus Docker-Compose hierher kopieren. Und zwar als Docker-Compose.yaml. So. Und jetzt habe ich hier auch wieder meine Docker-Compose. Und, ja, die ist jetzt da. Also, das ist jetzt meine Datei. Die kann ich auch verwenden. Das heißt, ähm, ich mache hier mal ein ls-a. Ähm, und genau. Da haben wir im Endeffekt unsere Datei, die wir jetzt als Docker-Compose so verwenden. Eine Docker-Compose-Datei, die ist genau dazu da, um über Docker-Compose, also die Anwendung Compose, ein quasi fertiges, ein paar fertige Instruktionen auszuführen. Normalerweise müsst ihr das alles per Befehl eingeben, was ein bisschen aufwendig ist, wenn man sie jedes Mal machen muss. In unserem Fall sagen wir einfach, hey, wir wollen genau diese Version haben. Wir wollen genau diesen Service haben. Wir wollen von J. Wilder, ähm, den Nginx Proxy hosten. Das ist quasi ein fertiges Image, was wir eigentlich nicht mehr anpassen müssen. Ähm, wir wollen das Ding Proxy nennen, weil, macht halt Sinn. Und, ähm, wir wollen diese Zertifikate hier verwenden. Wir wollen diesen V-Host verwenden. Wir wollen HTML hier drin haben. Und wir wollen, ähm, dann den Socket von Docker hier drin haben. Wir wollen das Ganze in ein Netzwerk einpacken. Was das alles genau ist, das erkläre ich in der Docker-Playlist. Da könnt ihr gerne noch darauf warten. Ihr müsst eigentlich nichts weiter tun, außer diese Zeilen hier reinfügen. So, und ja, jetzt haben wir das soweit durch. Jetzt müssen wir hier eigentlich nur noch Folgendes machen. Ach so, übrigens wichtig. Wir geben Port 80 frei und wir geben Port 443 frei. Das sind quasi unsere, äh, unsere Ports, um Websites angucken zu können, ja. Ansonsten, ähm, hätten wir ein Problem mit Angucken von Websites. Das wäre nämlich gar nicht möglich. Okay. Okay, jetzt müssen wir Folgendes noch machen. Ähm, jetzt wollen wir hier nicht nur einen Engine X Reverse Proxy haben, sondern wir haben hier noch eine Kleinigkeit, die wir hier eben auch noch bedenken müssen. Und zwar diese Zertifikate. Wir wollen, dass das ganze Ding verschlüsselt ist, bitte. Immerhin ist unser Plan hier auf kurz oder lange Frist einen Matrix-Server aufzusetzen, einen Synapse-Matrix-Server aufzusetzen. Und dazu brauche ich Let's Encrypt. Also in unserem Fall, wir brauchen es nicht unbedingt. Aber es wäre schon durchaus sinnvoll. Ähm, denn ohne Verschlüsselung ist es relativ witzlos. Deswegen fügen wir noch genau diesen Kram hier unten drunter an, ja. Das ist nochmal ein weiteres Docker-Image. Um euch nicht zu verwirren, habe ich das jetzt in zwei Schritten gemacht. Ich hoffe, das hat euch nicht verwirrt. Und zwar haben wir hier einmal Let's Encrypt. Wir haben uns quasi gesagt, hey, wir wollen bitte einmal ganz kurz Let's Encrypt starten. Und zwar den speziellen Let's Encrypt Engine X Proxy Companion, ähm, der genau zu diesem Engine X Proxy hier passt. Das ist ein fertiges Docker-Image. Wir müssen da nicht mehr weiter drüber nachdenken. Und wir sagen einfach, hey, bitte, mach das doch mal in Zertz, Doppelpunkt, etc., Engine X Zertz, ja. Pack das da einfach in diesen Ordner rein. Müssen wir nicht weiter drüber nachdenken. Ist alles perfekt für uns. Super. Ähm, genauso V-Host ist genau dasselbe wie hier oben auch. Benutzt also dieselbe V-Host-Datei. HTML genauso und denselben Docker-Proxy. Und, ähm, das Netzwerk, beziehungsweise die Environment, ähm, die sagt mir hier, als Environment-Variable benutzt doch bitte den Engine X Proxy-Container namens Proxy. Warum namens Proxy? Naja, weil wir unser Ding Proxy genannt haben. Das ist schon wichtig. Und es hängt auch von Proxy ab. Das ist genau dieser Name hier. So, ähm, das Netzwerk ist natürlich dasselbe Netzwerk. Das heißt, wir haben hier einmal den Server als Netzwerk. Das haben wir einfach so genannt. Und, äh, das definieren wir hier unten. Kommt gleich. Und, ähm, Restart-Always haben wir auch dabei. Wie gesagt, detaillierte Informationen, was diese einzelnen Anwendungsschritte hier bedeuten. Bitte aus der Docker-Tutorial-Reihe. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ich bin langweilig. Keine Sorge. So, ähm, Volumes habe ich hier einmal eingebunden. Das sind einmal ZERZ, V-Host und HTML. Das sind im Endeffekt unsere Volumes, die wir hier definiert haben. Also einfach per Name genannt haben, wo die liegen. Aber wir müssen hier unten kurz hinschreiben, welche wir denn alle haben. Und Networks müssen wir einmal kurz den Server definieren, weil das unser Netzwerk ist, was wir hier auch verwenden. Und sagen hier, ja gut, das ist halt ein externes Netzwerk. So, jetzt haben wir eigentlich offiziell alle Informationen. Jetzt speichern wir das selbstverständlich nochmal ganz kurz. Gehen nochmal ganz kurz in die PowerShell rein, die mir das Ganze hier rüber kopiert. Wir machen einfach genau dasselbe. Hier können wir einfach einmal nach oben gehen und diesen Befehl hier nochmal ausführen. Und dann wird mir das übertragen. Jetzt mache ich hier genau dasselbe nochmal. Ich kopiere mir das hier hierher. Und dann cutten wir uns einmal kurz unsere Docker Compose in unserem aktuellen Container, beziehungsweise in unserem aktuellen Ordner namens Reverse Proxy. Und wir sehen, das ist die aktuelle Version. Das ist also die Version, die hier unten alles enthält. So, das heißt, wir haben jetzt hier eine fertige Datei, die mir ein Netzwerk beschreibt, die mir mein Docker beschreibt, mein Docker Netzwerk beschreibt, so wie es eigentlich sein soll. Und so wie ich das brauche für meinen Reverse Proxy. Und was ich jetzt mache, ist alles einfach nur anzuschalten. Docker Compose ab minus D. Und damit starte ich das Ganze. Das ist natürlich nicht das, was ich wollte. Ich habe aus Versehen die Indentation hier nicht richtig, wie das aussieht. Das werde ich natürlich fixen für euch. Und zwar sagen wir einmal, wir haben Docker Compose. Das Problem ist selbstverständlich, wir müssen hier ungefähr auf demselben Level sein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Habe ich die Doppelpunkte verloren? Ich glaube, ich habe die Doppelpunkte verloren. Was ist denn das denn? So, lass mich mal kurz die Docker Compose. Jetzt stimmt das. So sieht es besser aus. Jetzt probieren wir das nochmal. Genau. Und ja, jetzt haben wir noch eine Sache. Und zwar, wir haben hier extra gesagt, Docker soll bitte ein externes Netzwerk benutzen namens Server. So, jetzt ist das natürlich noch nicht fertig, weil wir das externe Netzwerk noch gar nicht aufgebaut haben. Das Problem an der Stelle ist allerdings, wir müssen das extern aufbauen oder wir wollen das extern aufbauen, damit sich das nicht irgendwie aus Versehen mit anderen Sachen verhakt. Ja, das kann passieren. Das wäre nervig. Deswegen, was wir machen ist folgendes. Wir sagen hier Docker Network Create. Also bitte Docker. Also bitte, hey, Anwendung namens Docker. Erstell mir ein Netzwerk und nenn das doch bitte Server. Okay. Das ist quasi jetzt unser Netzwerk. Das ist unsere Netzwerk-ID. Die, jetzt können wir mehrere Anwendungen, also mehrere virtuelle Systeme oder virtuelle Maschinen wie Let's Encrypt und Proxy, können wir einfach gemeinsam in ein Netzwerk stecken. Die können dann miteinander kommunizieren. Das ist quasi der Hintergrund von diesem Ding. So, das wird jetzt eine Weile dauern. Wir haben das ja auf unserem Server noch nicht gemacht. Das muss jedes Image runterladen. Dementsprechend, ich schneide den Teil, brauche ich eigentlich nicht mal rausschneiden. Tue ich trotzdem. So, und damit haben wir einen Nginx Reverse Proxy aufgesetzt. Jetzt ist das natürlich nur der erste Schritt und wir wollen überhaupt was mit diesem Nginx Reverse Proxy tun. Und das machen wir im nächsten Tutorial, wenn wir unseren Signups Server aufsetzen. Bis dann. Ciao.